hallo danke für euch wieder einschalten ich bin der bern von den maschinen und wie man schon sieht wir haben einen haufen fein blätter also oscillations beziehungsweise multi master multi tool blätter vor uns da gibt es hunderte verschiedene und wir bemühen uns einfach mal ein bisschen überblick zu geben was passt wo für was nimmt man was her und so weiter weil die fragen eigentlich nach vielen jahren immer noch kommen und man muss gestehen es ist wirklich umfangreich und kompliziert es sechst du relativ viel blätter von der firma fein vor uns das hat den grund dass die eben die star lock entwickelt haben gemeinsam mit bosch und das sehr verbreitet ist alleine firma fein hat circa 180 verschiedene so blätter und das wollen wir euch eben zeigen es wird zweiteilig das heißt in diesem video wird nur die aufnahme behandelt das heißt was passt wo warum passt was wo nicht und es wird ein zweites video noch geben wo dann eben die schneiden behandelt werden beziehungsweise die anwendung mit was bearbeitet was warum nehme ich so ein goldenes blattl her für für fließen fugen also aus trennen und ausschaben und so weiter und so fort genug verzüllt von dem wir schauen uns heute mal die blätter nicht mehr also es gibt viele verschiedene zum glück haben sie irgendwann mal ein paar elektrowerkzeug hersteller doch wir vereinfachen das beziehungsweise mit damals zusammen aber es gibt auch immer noch welche die was auf einer eigensystem setzen zum beispiel die firma dewalt hat immer noch eine eigene aufnahme verwendet aber in der zwischenzeit so weiter war es auch schon andere aufnahmen die was kompatibel sind aber schauen wir also das bei mir in der hand ist ein oes eine universal aufnahme der erste anlauf gemeinsame aufnahmen zu finden wo man eben sagt das passt zusammen das ding passt eben unter anderem auf makita dewalt und viele andere hersteller und man sieht es ist prädestiniert eben durch diesen äußeren ring was man da hat beziehungsweise eben dass dies da flach ist was heißt oes das ist oscillating interface system das war eben dieser zusammenschluss der was da eben gemacht worden ist was ist bei dir aufzupassen und zwar oes blätter passen nicht auf starlock maschinen umdreht aber starlock blätter passen passen auf oes maschinen nur starlock kein starlock plus und kein starlock max dann gibt es immer noch die blätter für den super cut von der firma fein zum beispiel beziehungsweise vecturo von der firma festool die haben eben diese große bierkapsel aufnahme die maschinen sind in zwischenzeit also gibt es neue nicht mehr erwerbbar das zuvor gibt es immer noch das ist eben für sehr große sehr kraftvolle maschinen hat diese super cut aufnahme und die super cut blätter geben jetzt zum starlock system und zwar da gibt es wirklich viel wie man schon vor mir sieht entwickelt ist das worden von der firma bosch und von der firma fein gemeinsam und in der zwischenzeit funktioniert das auch auf anderen systemen zum beispiel bei der firma makita oder festool man sieht das hat eine ähnliche aufnahme wie das oes das heißt auch diese sternchenförmige aufnahme der unterschied ist eben diese erhöhung dieser kranz denn was ist oes nicht hat und das ist auch das was eben das besonders macht die kraftübertragung funktioniert bei dieser starlock blätter eben über diesen kranz und nicht mehr über diese blätter also über diese aussparungen beziehungsweise löcher was da drin sind dadurch ist der kraftschluss größer und der verlust ist weniger zwischen maschine bis zur spitze fahren laut fein wir haben wir können das leider nicht überprüfen aber wir glauben eher dass da die leistung dadurch gesteigert wird aber es gibt beim starlock einen kleinen unterschied das ist es gibt beim starlock die sogenannte quick und es gibt es ohne quick das hat jetzt mit der aufnahme von die blätter weniger zu tun eher mehr mit die maschinen in dem fall haben wir an makita dtm 52 die alles kein quick system das heißt man macht es gemütlich auf kann das plattel außen da und hat da ein toren das heißt das platt wird über so einen toren fixiert das quick system heißt ich nehme meinen oszillierer in dem fall einen von festool der hat dieses quick system und ich drücke das drauf und das plattel hält dadurch geht ein plattwechsel innerhalb von drei sekunden wenn man geübt ist was aber eigentlich wichtiger ist wenn man mit die blätter schneit werden die fuhren heiß wenn man arbeitet damit das heißt wenn man da ein toren hat fummelt man da doch immer wieder um und es besteht die gefahrt sich zu verbrennen beim quick system gut so dank nicht das heißt durch den hebel 4 das plattel voll raus und ich kann ein neues nehmen bei dem ist es einfach aufmachen ton raus fummeln und wieder zu machen dauert ein bisschen länger aber geht genauso jetzt zum starlock starlock plus starlock max nicht jede maschine hat so viel kraft dass wirklich dann eben zum beispiel so ein plattel schafft aus diesem grund gibt es eben solche klassen wie starlock starlock plus und starlock max und da probieren wir euch jetzt das noch ein bisschen näher zu bringen und zwar da haben wir ein klassisches starlock blatt ein starlock plus und ein starlock max man sieht die unterscheiden sich schon in der länge und das ist eigentlich das ausschlaggebende maschine mit wenig kraft schafft so lange das platt nicht deswegen gibt es diese unterteilungen anfangen dann mal eben mit dem starlock wirklich ohne plus ohne max nur starlock das passt eigentlich in jede starlock maschine egal ob es posch fein makita ist wenn da starlock drauf steht das passt das sind eigentlich so die standard blätter das sind eigentlich meistens relativ kurze blätter aber die kind ist eigentlich immer verwenden passen aber leider nicht in supercut oder in die sonstigen vorgänge die was da eben gibt dann starlock plus man sieht der unterschied ist da sind keine städel mehr herin beim fein passen sie in alle maschinen rein also von plus über über max über den zwölf volt oszillierer da passen sie überall bei den maschinen natürlich auch die sind überhaupt ohne mit max aufnahme in den gpo von bosch passt das platt zum beispiel nicht der hat nämlich nur starlock aufnahme und keine starlock plus und natürlich dann die starlock max aufnahme man sieht eben auch die ganz langen blätter und hier oben eben ein loch mit einem schlitz durch so schaut die aufnahme beim starlock max aus wie gesagt das ist eigentlich jetzt eher unrelevant wie das also wie die strom ausschaut die kraftübertragung funktioniert immer noch über diesen kranz der was da ist die starlock max sind eben wirklich die für die großen schweren maschinen die die was viel leistung haben damit sie eben auch diese blätter betreiben können heute mal sehr trocken also es zahlt sich leider auch nicht wirklich aus jetzt dafür umschneiden jetzt sagen wir euch eben beim nächsten mal ich hoffe wir haben ein bisschen beitragen können dass wir die verwirrungen die nun mehr erhöhen bei dieser blätter wie gesagt wenn es eine starlock maschine ist mit starlock ohne starlock plus ohne max macht es nichts falsch passt dann danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss